Jörg Hartmann, ich erinnere mich genau daran, dass Sie vor elf Jahren, 2012, als der Tatort mit Ihnen losging, mit Peter Faber, hier im Körner Treff waren, um den vorzustellen, um sich vorzustellen. Ja. Und ich habe Sie sinngemäß gefragt, wie lange wollen Sie das denn machen? Und ich dachte, ja, weiß ich auch nicht, nicht so lange vielleicht, keine Ahnung. Das ist jetzt elf Jahre her. Ja, krass. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Ja. Ja, hätte ich damals nicht geahnt, weiß nicht. Anna und ich haben immer gesagt, ja, fünf Jahre, meinst du, kann man das fünf Jahre machen? Ich höre noch eine Casterin auf der Berlinale, die zu mir sagte, Jörg, mach das nicht zu lange, hör auf, vier Jahre höchstens, tut dir nicht gut. Ja. Es ist ja wirklich ambivalent, oh Gott, jetzt sind wir schon mitten im Thema, so eine Tatortrolle, ne? Man hat ja eventuell schnell so einen Stempel oder man hat Angst davor, so einen Stempel abzubekommen. Als Schauspieler will man ja unbedingt wahnsinnig wandelbar sein und ganz viele Sachen zeigen, oder Martin? Ja. Ein vorsichtiges Kör. Ja. Ja, ist ja so. Und jetzt macht man das schon zehn Jahre, das ist ja echt krass. Anna hat es durchgezogen. Martin, hattest du auch so eine Sorge, dass man da in der Schublade landet? Ach, das hängt ja ein bisschen davon ab, was für eine Figur man spielt. Und ich muss mal ehrlich sagen, meine, die Figur, die du da spielst, ist ja auch so speziell. Also so unterscheidet sich so sehr, sagen wir mal, auch von anderen Figuren, die du spielst, ist das so besonders. Also, dass man da einen Stempel abkriegt, das glaube ich eher nicht. Dann ist man eher, sagen wir mal, eher dafür, dass es der Mann für die komplexen Rollen oder für, ne? Also, du bist ein Schatz. Du bist ein Schatz. Ja, habe ich da eine Kontonummer, ich überweis dir was. Naja, ja, es ist wahrscheinlich, also ich glaube, hinderlicher wäre es auch, wenn die Rolle sehr nah an einem dran wäre, oder? Also, wenn man sozusagen gar nicht viel spielt. Ja, das hoffen wir jetzt bei Peter Faber, aber man nicht. Ich kann euch beruhigen. Also, da kann ich nur Mariana zitieren. Er ist schon ein bisschen weg von mir. Ja, Faber hat ja wirklich einen kompletten Durchschuss. Ja. Durch den ganzen Kleiderschrank, der ist alles noch. Nicht nur die Socken. Also, insofern, aber jetzt ist ja natürlich noch was Neues bei dem, den ich schon gesehen habe, der aber übermorgen gesendet wird, Viertel Nacht logischerweise, wie immer. Da haben Sie am Drehbuch mitgeschrieben. Und konnten dem dann sozusagen noch eine persönliche Note beigeben. Und, was interessant ist, auch eine räumliche. Klar, der spielt in Dortmund, klar, hier im Westen. Aber Sie sind aus Herdecke und jetzt kommt auch noch Herdecke da rein. Nämlich mit der Örtlichkeit, die verschoben ist. Ja, das ist so später entstanden. Also, ich habe relativ lange an der Geschichte gearbeitet. Und mein Ziel war es vor allem, erst mal viel Dortmund zu zeigen. Also, wirklich einen Dortmund-Film zu machen. Mit möglichst vielen Schauplätzen. Um sich da endlich mal beliebt zu machen in Dortmund. Naja, das denkt natürlich, genau. Also, wer es nicht weiß, genau. Es gab damals viel Trara-Beschwerden aus Dortmund. Und der ehemalige OB hat sich beschwert, dass wir doch Dortmund immer so unschön darstellen würden. Und war da ziemlich sauer. Ich habe dann mit ihm einen lecker Pilz getrunken, um da so ein bisschen Dampf aus dem Kessel zu nehmen. Und dann war alles wunderbar. Dann haben wir uns gut verstanden. Und es war halt bis dato immer so, Dortmund ist Spesengebiet, Produktionsfirma ist in Köln. Und dann sind wir selten in Dortmund gewesen. Ich fand das als Lokalpatriot, als Herdecker immer ganz furchtbar. Und habe immer gesagt, komm, lass uns bitte mehr in Dortmund drehen. Das ist so eine geile Stadt, die hat so viele Motive. Die Leute sind wirklich der Hammer. Ich kann mich Martin nur anschließen. Ich bin ja sowieso Lokalpatriot. Die nehmen einen mit offenen Armen und Handkuss. Und wirklich, was wir da alles, überall durften wir drehen. So, und das hat sich jetzt wirklich geändert. Also seit du bleibst hier, seit dem Teil der Übermorgen kommt, da hatten wir Rekord. Und da habe ich gesagt, komm, wenn wir schon in Dortmund sind, vielleicht schaffe ich ja noch meine Heimatstadt mit reinzupacken. Und dann gibt es jetzt ein entscheidendes, tolles Motiv, was in Herdecker angesiedelt ist. Als Vorsatz muss man jetzt noch mal kurz erwähnen, dass ja die Kollegin Anna Schuth, die auch vor kurzem noch hier im Kanadtreff war, sich hat sozusagen erschießen lassen vor laufender Kamera, weil sie sagte, jetzt ist für mich genug. Es waren nicht vier Jahre, nicht fünf. Das klingt aber jetzt... Das klingt... Das klingt aber... Hat sie hier so gesagt? Sie hat sich erschießen lassen vor... Vor laufender... Sie wollte aufhören, als wir uns am schönsten waren. Nein, also sie lebt noch, ich kann alle beruhigen. Jetzt deswegen war sie ja hier. Ja, wir haben das nur gespielt, aber es war trotzdem extrem traurig. Ja, in der Tat... Das ist sozusagen die Vorsetzung, sie hat Ihnen das Versprechen abgenommen, wenn ich jetzt schon hier sterbe, dann du darfst dich nicht umbringen, weil bei Faber weiß man nie, was der macht. Das war das Versprechen und deswegen ist da eine besondere Dramatik in diesem Fall drin, der ungefähr so beginnt. Morgen. Morgen. Heute mal keine Leiche, aber mindestens zwei Liter Blut, würde ich sagen. Das überlebt keiner. Sicher, dass es menschliches Blut ist? Schon überprüft. Und Faber? Eine Ahnung, wie es ihm geht? Du bleibst hier, versprochen. Wie soll das gehen? Was machen Sie denn hier? Ich verpiss mich gleich wieder, keine Bange. Wo sind Sie? Sie sagen mir, wo Sie sind. Es ist nicht Ihre Schuld, dass Martina tot ist, also lassen Sie mich in Ruhe. Ich bin reingefallen. Ich habe gejubelt und habe gesagt, ha, ein Tatortkommissar nackt. Springt ins Wasser. Ja. Sie sind in die Nordsee, haben Sie mir erzählt. Genau. Und der traut sich noch nicht mal ins Herdecker Speicher. Ich habe gedacht, der hat sich nicht getraut. Der ist ja so klein, so zu sehen in der Kamera. Wenn dann ein Tatortkommissar nackt ist, will ich den noch ganz sehen. Jetzt ist aber die Frage, warum. Es muss ja auch noch in der Fantasie der Zuschauer und Zuschauerinnen. Das stimmt natürlich. Man muss ja nicht alles zeigen. Aber in der Tat, ich muss zugeben, ich bin nicht Tom Cruise, das hat ein Stuntman gemacht. Es ist wirklich, Anna-Marie hat es vorhin auch gesagt, aus versicherungstechnischen Gründen würden die das gar nicht zulassen. Und ehrlich gesagt, wäre ich da auch nicht so scharf drauf. In dieses, das war Anfang April, kurz vorher war noch ein riesen Wintereinbruch, Schneefall, wir mussten es noch mal vertagen, diese Szene. Eiskaltes Wasser, eklig tief, also wirklich unheimlich da reinzuspringen. Ja, das macht ja die Szene aus, das Unheimliche. Ja, er riskiert natürlich einiges. Aber ich muss sagen, ich habe schon mal einen Tatort-Kommissar nackt gesehen, allerdings nicht als Tatort-Kommissar, nämlich dich. Nein, nein, auch so? Ach, den Nodisten-Film damals. Ja, barfuß bis zum Hals hieß der. Schamlos, 90 Minuten bist du da, nackig durch den Film. Also Respekt, meine Damen und Herren. Das weiß ich noch. Aber das war jetzt ja nicht so eine Leistung, wo man sagt, also das war ja ein bisschen, ich bin Saunagänger, das ist ja so ein bisschen, du hast einen Bademantel an und ein paar Schlappen und so, und zum Drehen gibst du beides ab. Das ist ja so ein bisschen wie, du gehst zum Aufkuss rein. So, also das war jetzt nicht so. Für die Mädels war das ein bisschen, war das unangenehmer, glaube ich. Da war das irgendwie, da tauchten auch hinterher, als der Film rauskam, tauchten dann im Internet Bilder, auf irgendwelchen Foren, abfotografiert und so. Da bin ich ein bisschen schmerzfreier. Also das ist mir jetzt nicht so. Du kommst aus dem Osten. Ich komme aus dem Osten. Das merkt man. Ja, wirklich. Ihr seid viel entspannter. Mein erziehender Vater hat manchmal die Wohnungstür nackt aufgemacht. Und wenn man dann so 12, 13 ist und da steht eine Schulkameradin oder irgendwie da vor, dann war mir das schon unangenehm. Also muss ich ehrlich sagen. Ja, Martin, für dich. Weißt du, ist das so nicht so. Ja, aber Jörg, weg vom Nacktsein zurück. Der Tatort, der hat ja im Grunde eine unglaubliche Dramatik. Da denkt man ja, Faber dreht jetzt vollkommen ab vor lauter Trauer, vor Verzweiflung. Aber es kommt eben auch ganz viel Lokalkolorit, was Sie gerade erzählt haben, da rein. Und warum wollten Sie unheimlich am Drehbuch mitschreiben? Mitschreiben klingt jetzt ein bisschen kleiner, als es war. Das ist wirklich meine Geschichte, die ich entwickelt habe und die ich auch geschrieben habe. Sozusagen mit Jürgen Werner als Co-Autor. Ich habe schon lange so den Impuls immer gehabt zu schreiben. Früher mal Theaterstücke geschrieben, die aber eigentlich letztendlich in der Schublade geblieben sind. Ich habe leider nicht ganz so früh angefangen wie Frau Lecky. Ich hatte auch schon mal ein Drehbuch geschrieben. Das war so in mir. Und ich habe dann beim Lesen diverser Drehbücher immer oft viel zu meckern gehabt, wenn ich ehrlich bin. Und da sehr daran rumgefummelt und geändert. Ich weiß nicht, wie euch das so geht. Und da habe ich gedacht, komm Hartmann, jetzt versuch es doch mal. Guck doch mal, ob du das irgendwie hinkriegst. Versuch es mal, das hat mich gereizt. Und ja, ich glaube, ich brauchte dann auch irgendwann bei dem Tatort so nach zehn Jahren neue Herausforderungen. Dass ich da mal wieder irgendwie neue Grenzen austeste. Weil sonst fange ich an, mich irgendwie zu langweilen. Und wenn ich dadurch natürlich einen Beitrag zu der Geschichte leisten kann. Und ich hatte mich schon oft gefragt, wie sieht das eigentlich bei Faber aus in der Biografie? Woher kommt der genau? Wir wissen, der kommt aus Dortmund. Aber ich habe schon lange mal überlegt, vielleicht kann man da ja mal ein bisschen mehr erzählen. Das mögen viele Leute beim Tatort nicht, das weiß ich. Aber wer sich auf den Dortmunder einlässt, der weiß, dass wir auch immer viel, sag ich mal, über die Figuren noch jenseits des Krimiplotts erzählen. Und so ist das bei denen. Diese ganze Peter-Farber-Geschichte von der Hörmann-Datter, was ist da eigentlich? Die wird eben am Sonntagabend erzählt, so wie es wirklich war oder was dahinter steckte. Nun war es der erste Tatort ohne die Kollegin Lina Schuth an der Seite. Ist das so ein Phantomschmerz gewesen? Warum ist sie jetzt nicht da? Bei dem Teil nicht, weil sie sich präsent ist in dem Teil. Sogar immer zu sehen ist. Naja, nicht nur. Also sie ist wirklich präsent, dadurch, dass wir uns in diesem Teil die Zeit nehmen, zu trauern. Das war mir auch ganz wichtig, dass man da nicht einfach drüber hinweg geht, als wenn nichts passiert. Das ist, ich meine, wenn ein lieber Mensch stirbt, jeder, der das erlebt hat, weiß, was das heißt zu trauern. Und für die Kollegen bei uns, für die Figur des Farbers, war es die denkbar größte Katastrophe, dass diese Frau gestorben ist. Wobei eure private Beziehung ist ja eher von Geburt als von Tod geprägt, ne? Ja, sie spielen auf Annas dritten Sohn an, den ich eher gesehen habe als ihr Mann. Das müssen Sie auflösen. Ich dachte, ich könnte das jetzt einfach so stehen lassen. Na, wir waren damals eingeladen in München. Wir hatten gerade angefangen. Ich glaube, die ersten beiden Teile waren ausgestrahlt worden. Wir waren in München eingeladen zu so einer, von der ARD, ein Adventsessen, ein sogenanntes. Sie hochschwanger, fünf Wochen vor dem Termin. Und ich dachte noch, du bist ja echt mutig. In Düsseldorf wohnt sie heute noch und wohnte auch damals in Düsseldorf. Ist also nach München gefahren, fünf Wochen vorm Termin. Ach, alles gut. Und gegen Mitternacht sagte sie dann, Jörgi, ich glaube, ich gehe jetzt mal langsam. Ich sage, ja, gut, alles Gute. Wir waren verabredet, morgen früh beim Frühstück. Reden wir noch über den nächsten Tatort. Sprechen noch über das Drehbuch. Was müssen wir noch ändern? Was können wir verbessern? Alles klar. Am anderen Morgen, ich stelle mir den Wecker. Klingelt das Telefon. Anna Schuth. Du, Jörgi, du, ich bin hier in München im Krankenhaus. Ich habe heute Nacht meinen dritten Sohn zur Welt gebracht. Kannst du mal vorbeikommen? Ich habe den Koffer noch im Hotel. Dann bin ich zu ihr und sie saß da wie eine Eins, wirklich wunderbar entspannt, als hätte sie wirklich mit dem Dalai Lama irgendwie einen buddhistischen Workshop gemacht, aber nicht irgendwie ein Kind auf die Welt gebracht. Und ich sage, wie macht diese Frau das? Und wir sind das Drehbuch noch durchgegangen. Ist ein bisschen krank, oder? Nee, toll. Ja, es war wirklich toll. Und Moritz war dann auf dem Weg wahrscheinlich schon. Also ihr Mann, Moritz Führmann. Er durfte das Kind auch sehen. Er durfte das Kind irgendwann sehen, ja. Ja, sehr, sehr schön. Ich meine, Sie beide sind ja den umgekehrten Weg gegangen, ne? Du kamst aus dem Osten, sage ich jetzt einfach mal, aus Ostdeutschland ins Ruhrgebiet. Bist da geblieben, hast dich hier jetzt um die Wurzeln jetzt hier sozusagen gedeihen lassen. Und Sie sind von Herdecke Richtung Berlin bzw. Potsdam. Ja, mit Umwegen natürlich von Herdecke aus, aber irgendwann dann nach Berlin an die Schaubühne 1999 und gelebt habe ich vier Jahre in Berlin. Also bin immer ja noch irgendwie mit der Schaubühne verbandelt. Aber ich bin dann 2003 nach Potsdam rausgezogen. Aber wie ist das, wenn Sie nach Hause kommen, nach Herdecke? Ihre Mutter und Ihre Schwester leben da? Genau, ja. Und wenn ich, also wenn ich, ich lebe gerne in Köln, aber wenn ich nach Düsseldorf fahre und über die Rheinbrücke komme, dann denke ich, ah, schöne Silhouette, schön. Ja. Wie ist das, wenn Sie nach Herdecke kommen? Ja, sehr schön, sehr schön. Je älter ich werde, desto mehr weiß ich, dass ich, naja, ich habe immer gedacht, naiverweise, man könnte Heimat vielleicht mitnehmen oder sie irgendwo anders finden. Und das ist jetzt nichts gegen mein neues Zuhause, gegen Potsdam. Es ist wunderschön und alles wunderbar. Aber Heimat hat, glaube ich, wirklich was mit den Erinnerungen aus der Kindheit und der Jugend zu tun. Mit Menschen vor Ort, mit Dingen, die einen geprägt haben, mit Düften, mit ganz speziellen Orten, mit ganz speziellen Winkeln, die was auslösen. Und die sind halt in Herdecke. Ist so. Gibt es denn da noch Kontakt zu Schulfreunden beispielsweise? Ja, schon auch. Auch noch mit welchen aus Herdecke. Viele, also eigentlich zwei meiner allerältesten Freunde leben da auch nicht mehr. Einer nicht weit weg in Solingen, einer in Berlin. Von daher hat man so ein bisschen Heimat dann auch in der Ferne noch. Oder wenn ich jetzt meinen ältesten Kumpel in Berlin treffe, zwei alte Herdecker, dann haben wir sozusagen ein bisschen Heimat in der Ferne. Nennt ihr sie auch Fackel? Ja, ihr nennt mich auch Fackel. Fackel. Ja, jetzt habe ich Abitreffen, dann werden sie mich auch alle wieder Fackel nennen. Also muss ich kurz erklären. Fackel. Ich war Handballer. Mein Vater war ein guter Handballer. Und ich habe gedacht, es war mein Trauma, dass ich nie ein guter Sport, nie eine Sportskanone war. Und irgendwann bin ich doch zum Handball gekommen. Habe es fünf Jahre wirklich durchgezogen. Mehr schlecht als recht. Und man hat mich irgendwann Fackel genannt. Weil jemand, der eine Fackel hat, hat einen richtig harten Wumms. Das war bei mir ironisch gemeint. Aber es hat sich als Name erhalten. Woher kommt der Fackel nicht lange? Oder was heißt der Fackel? Ja, weiß ich auch nicht. Fackel, keine Ahnung. Im Ruhrpott war das, also bei uns in Herdecke wahrscheinlich, vielleicht auch nur auf unserer Schule, weiß ich nicht. Das war eine Fackel. Nicht wegen meiner roten Haare, die ich früher hatte. Klingt doch liebevoll, Fackel. Finde ich auch. Ist doch gut. Oder? Fackel Faber, schön, dass ihr da seid. Fackel Faber. Fackel Faber. Vielen Dank. Vielen Dank.